Hallo, heute sind wir im Marburger Eispalast unterwegs und wollen mal schauen, wie die Marburger sich beim Eislaufen macht und wie es ihn hier gefällt. Wie gefällt es dir hier im Marburger Eispalast? Ja, sehr gut. Also hier kann man viel Spaß haben, auch mit den Kindern. Gut. Also macht Spaß. Gut, gut. Toll hier. Die Kinder können schon in den Ferien noch was machen. Schlitten fahren können wir ja leider nicht. Leider kein Schnee da. Aber so ist es dann auch noch toll. Nein, wir sind heute das erste Mal hier, aber uns gefällt es hier gut und ich denke, wir werden noch 2-3 Mal hierhin kommen. Jetzt sind wir das erste Mal hier. Also es ist echt gut. Mehr Huppel weg machen. Oder irgendeine Maschine vielleicht, wie das Eis platter macht. Mal wünschen, dass es hier eigentlich nicht so viel Geld kostet. Nachdem wir uns hier im Marburger Eispalast umgehört haben, ist klar, egal ob groß oder klein, jeder hat hier seinen Spaß und fühlt sich bestens umsorgt. Noch bis Ende Januar hat das Winterparadies geöffnet. Bis dahin heißt es weiterhin viel, viel Spaß und Freude. Das ist es sehr schön. Musik 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 Eine